Na weißt du denn? Weltschampignon? Scheinst du auch nicht sehr eilig zu haben, du? Also, erstens heißt es nicht Champignon, zweitens geht dich das den Quark an, nicht? Und drittens brauchen wir überhaupt nicht trainieren, du. Bei uns läuft die Karin ganz von alleine. Aber das ist ja immer klar. Ja, das ist ja immer klar.